Das ist eine Alfa Romeo. Eben, das kommt d'où? Das kommt d'Italie. Aber das kommt von Brasilien. Ah, das kommt von Brasilien? Ja. Ah, bon? Das ist ein europäischer Wagen. Ein Brasilianer? Das ist eine Alfa Italien, oder? Das ist eine Alfa-Romeu 2300 Ti. Ein Auto so perfekt, das ist schon exportiert in Deutschland. Vielen Dank. Vielen Dank.